Der Bo, du bist extra von Stuttgart nach Bremen hochgefahren, um mit mir draußen zu schlafen. Mit ganz viel Beleuchtigung hoffentlich. Ich werde dir eine ganz schreckliche Nacht verursachen. Ich werde uns einen sehr schlechten Spot ausfindig machen. Das ist gut. Wir haben unseren Schlafplatz gefunden. Genau hier werden wir heute schlafen. Das wird heute auf jeden Fall richtig beschissen werden. Das verspreche ich dir auf jeden Fall. Das wird die ganze Nacht hier alle 15-20 Minuten so gehen. Wir werden beleuchtigt die ganze Nacht. Zu 100 Prozent. Das wird eine richtig gerne Nacht werden auf jeden Fall. Das verspreche ich dir. Du wirst keinen Ausschlaf bekommen. Das wird richtig geil sein. Warte erst mal ab, wenn die Güterzüge kommen. Mit den klarkrigen Güterwaggons, die noch lauter sind. Die viel lauter sind, wie diese ICEs. Diese ICEs haben viel zu viel Komfort. Die kommen heute Nacht. Ja genau. Die werden auf jeden Fall ganz viel kommen. Ich blase gerade mit ganz viel Mühe meine Isermatte auf. Das wird unser Schlafplatz heute werden. Genau hier habe ich schon mal geschlafen. Aber da hatte ich nur meine Action Cam dabei gehabt. Heute habe ich meine Sony Kamera dabei gehabt. Und das wird eine bessere Tonqualität geben. Das wird richtig geil sein. Ihr könnt heute die Zuggeräusche auf jeden Fall noch viel besser hören. Und deswegen bist du hergekommen, wegen hier am Gleis zu schlafen. Nur, dass ich am Gleis belastet werde. Ja genau. Damit du eine richtig schreckliche Nacht bekommst. Das wird richtig geil sein. Das wird heute ein sehr schrecklicher Schlafplatz werden. Ja. Genau. Du hast den Schlafplatz hier aufgebaut. Ich habe meins hier schon hingeworfen auch. Und falls es heute Nacht regnen sollte, was ich weniger glaube, aber auf jeden Fall, falls Regen kommen sollte, habe ich für uns beide hier einen Regenschirm dabei. Ja genau. Damit wir uns unterstellen können. Das heißt, ich würde den Regenschirm dann... Ja, ich weiß nicht. Einer soll das halten. Diesen Regenschirm. Und dann stellen wir uns dann da drunter. Falls es regnen sollte. Weil hier ist kein Schutz. Hier gibt es kein Dach oder so. Da ist doch ein Zug vorbei gefahren. Der hat richtig geknallt. Ich mag Züge. Ich auch. Da müssen noch viel mehr davon kommen. Das ist mir noch viel zu wenig. Es müssen mehr Güterzüge kommen. Die sind viel lauter. Die sind viel geiler als diese Passagierzüge, die bisher gefahren sind. Ja, es ist ein Güterzüge. Richtig geil. Güterzüge sind richtig geil. Das wird die ganze Nacht so bleiben. Alle paar Minuten kommt so ein Zug vorbei. Das wird richtig geil sein. Da kommt wieder ein Zug. Da kommt noch eine ICE. Oh mein Gott. Die ICE sind viel zu leise. Ich will einen Güterzug haben, der richtig laut ist. Der uns so richtig das Gehirn zerreißt. Von der Lautstärke. Also mit ganz viel Lautstärke dran. Der ICE hat zu viel Komfort. Es müssen unbedingt mehr Güterzüge fahren. Wir brauchen Güterzüge. Das war ein richtig geiler Zug. Der hat Geräusche gemacht. Das war ein richtig geiler Zug. Der hat Geräusche gemacht. Guck mal, der Bo. Vielleicht kommt wieder ein Zug. Ich höre es. Der schaut aber von der ganzen hinten. Aber nicht von hier vorne, sondern von der ganzen hinten. Da hinten sind noch Bergleischienen. Das ist richtig geil. Das ist vernünftig. Der macht auch Geräusche. Es wird noch viel lauter werden. Gibt's uns. Das klang wie Kettengeräusche irgendwie so. Jawoll. Züge sind voll geil. Jetzt kommt wieder ein Zug. Der hört sich an wie so ein Güterzug. Oh, der fährt da hinten. Oh, scheiße. Aber es ist ein Güterzug. Richtig geil. Oh, der hat nur wenige Anhänger gehört. Der hat uns nicht zu stark belästigt. Das war viel zu schwach gewesen. Der war viel zu süß. Es muss salzig werden. Aber das war wieder so ein komfortabler EZ. Ja. Der war nicht hart genug. Da müssen härtere Züge durchkommen. Das muss noch viel öfter passieren, dass hier Züge durchfahren. Und nicht die komfortablen Züge, sondern die wohl so richtig schleppen. Die so richtig knallen mit verrosteten Güterwagons. Die so richtig zimmern. Und diese Quiekgeräusche machen. Wie Wildschweine. Diese ganz kleinen. Das muss richtig. Frischlinge. So viele Geräusche müssen die unbedingt machen. Also die O-Motoren klaut sind. Unbedingt. Oh scheiße, der ist schon vorbei. Boah, der hätte auf jeden Fall noch länger gehen können. Ja, aber der war wenigstens hier vorne. Ja, ja. Hier vorne. Da müssen noch viel mehr Güterzüge durchfahren. Ja, der hätte noch viel länger sein können. Ja, auf jeden Fall hätte es. Auf jeden Fall. Aber Güterzüge sind viel besser als die Passagierzüge von den Geräuschen her. Ja. Die sind viel lauter. Die haben es viel stärker drauf. Das ist nicht genug. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. das ist richtig geil da müssen noch mehr zu kommen wie spät haben wir es ungefähr halb zwei da kommen noch viel mehr Güterzüge das ist sehr gut die werden uns wach halten oder beziehungsweise uns aus dem Schlaf jedes Mal reißen das wird richtig geil sein heute hier zu schlafen und zu versuchen das sind ganz viele gekommen da müssen noch viel mehr kommen hier habe ich geschlafen und hier hat der Bo geschlafen und der Bo hat viel früher aufgestanden genau der hat schon eingeräumt und wie fandst du die Location? das war sehr schön hier das war belästigend von hier und von da oben auch weil da vorne ist ein Flughafen und da starten die Flugzeuge so nach oben ja ich weiß und hier das Windrad war heute Nacht an ganz schnell und das hat auch Geräusche gemacht ja das ist ja ganz hinten ja ich weiß die Windräder die waren nur nachts über laut jetzt tagsüber nicht mehr tagsüber hört man sich nicht mehr hier fallen ganz viele Züge lang die Nacht war richtig hässlich gewesen hier geht es zu einem ähnlichen Unsinn wo jemand extra von Österreich zu mir hochgefahren ist nach Bremen und hier geht es zum Video aus der Perspektive von der Bo in seinem Vlog ist ein Spoiler versteckt wie es danach weitergeht